Das Global Jumping im Berliner Sommergarten. Hierfür reisen sogar die jungen, erfolgreichen US-Ladies extra in die Hauptstadt. Unter ihnen Georgina Bloomberg, die Tochter von New Yorks Ex-Bürgermeister, fühlt sich in Berlin pudelwohl. Das internationale Top-Event lässt auch sie sich nicht entgehen. Jessica Springsteen, Tochter von Musiklegende Bruce Springsteen. Aber auch die deutsche Laura Klapp-Hake zählt zu den jungen, schönen und erfolgreichen Reiterinnen dieses Wettbewerbs. Es ist immer noch toll, wenn man auf den Abreiteplatz kommt und da sind die ganzen großen Profis, die eigentlich immer Idole sind und waren. Das ist schon was ganz Besonderes. Dabei ist die 23-Jährige schon selbst ein Profi. Und noch aufgeregt, wenn es in den Parcours geht? Nee, aufgeregt eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eher so eine positive Anspannung. Ich glaube, die braucht man auch, damit man sich konzentriert. Und dann geht es in den Parcours rein, dann wird alles andere ausgeblendet und wir fokussieren uns dann. Das verspricht ein spannendes Wochenende in Berlin, wenn sich die internationale Top-Riege der Springreiter im Sommergarten trifft. Das ist ein spannendes Wochenende in Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020